Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir Physiker, wir sind ja schon immer auf der Suche nach dem Absoluten, nach dem Letzten, nach dem allerletzten Ding, was noch irgendwie zu erreichen ist. Dem Elementaren, dem Unteilbaren. Das stehen wir ja in der vollsten Tradition mit unseren griechischen Kollegen von vor zweieinhalbtausend Jahren, die sich eben auch schon mit den unteilbaren Teilchen beschäftigt haben. Atomos, das Unteilbare. Und Leukyp und Demokrit, zwei griechische Naturphilosophen, nannten diese unteilbaren Teilchen eben Atome. Naja, da war ja erstmal eine Weile lang Ruhe, weil man nicht die technischen Möglichkeiten hatte, auf die Struktur der Materie wirklich genauer einzugehen, sie genauer untersuchen zu können. Und so hat es ja eine ganze Weile von Jahrhunderten gebraucht, bis wir endlich der Natur der Materie wirklich auf die Spur gekommen sind. Und aus den Atomen haben sich ja wahnsinnig komplizierte Gebilde ergeben. Also das Atom ist ja überhaupt nicht unteilbar. Da gibt es ja offenbar Elektronenhüllen, die um einen winzig kleinen Kern herumkreisen. Und in diesem Kern gibt es Teilchen, die sind positiv geladen, die Protonen. Da gibt es Teilchen, die sind überhaupt nicht geladen, das sind die Neutronen. Und geht da noch mehr? Was ist denn im Atomkern? Sind die Teile, also die Protonen und Neutronen vielleicht auch noch zu unterteilen? Und das ist ja eine Frage von einer unglaublichen Relevanz, wenn man auf der Spur ist, was ist eigentlich Materie und woraus besteht die Welt? Und es hat sich herausgestellt, es gibt tatsächlich solche elementaren Teilchen. Ne, zumindest nach dem Stand der Dinge heute, um es mal so zu sagen. Denn Sie wissen ja, Physik ist vor allen Dingen auch, sich immer wieder zu überprüfen, zu zweifeln, Experimente zu machen, die auf diesen Zweifeln begründet sind und weiterzugehen und weiterzufragen. Ist es vielleicht doch möglich, diese unteilbaren Teilchen, die wir heute für unteilbar halten, noch weiterzuteilen? Und wie geht es weiter mit den Teilchen, die dann dabei rauskämen? Also Sie merken schon, wir kommen hier schon wieder in einen unergründlichen Grund hinein. Es geht um Quarks, meine Damen und Herren. Was sind Quarks? Das ist der Stand der Dinge heutzutage, dass wir glauben, dass Quarks wirkliche Elementarteilchen sind. Und diese Quarks, von denen es insgesamt sechs Stück gibt, führen uns allerdings schon wieder in ein Land hinein. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal mit dem an, was um uns herum so ist. Also nehmen Sie mich hier zum Beispiel. Ich bin einige Kilo schwer und ich bestehe, das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, aus sieben mal zehn hoch 28 Upquarks, einigen zehn hoch 28 Downquarks und einigen zehn hoch 28 Elektronen. Ja, das ist alles, was hier steht. Mehr ist da nicht. Woher wir das wissen? Ja, es ist so. Vor 50 Jahren ungefähr fing man an, Teilchen in Atomkerne hineinzuschießen. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man herausgefunden, dass der Atomkern offenbar was wahnsinnig Kleines ist, was sehr, sehr schwer ist und im Wesentlichen positiv geladen ist. Rutherford war der Mann damals, der diese Steuerexperimente machte und herausfand, dass ein Atom, wenn man das mal in die menschliche Umwelt übersetzt, heißt, wenn das Atom so groß ist wie das Olympiastadion, der Atomkern eben nichts anderes ist als ein Reiskorn am Anstoßpunkt im Mittelkreis. Und dazwischen ist im Wesentlichen nichts. Das heißt also, die Masse des Atoms steckt im Atomkern. Die Elektronen draußen drumherum sind uninteressant für die Masse. Und im Atomkern stecken positive Ladungen. Und da ergab sich ja schon die erste Frage, wie um alles in der Welt können denn mehrere positive Ladungen zusammengedrückt überhaupt diesen Atomkern bilden? Das kann doch gar nicht stimmen. Schließlich stoßen sich gleichnamige Ladungen ja wahnsinnig ab. Da müsste ja eine unglaubliche Kraft wirken in dem Atomkern, die diese elektrostatische Abstoßung von gleichnamigen Ladungen überwinden kann. Und dann auch noch so, dass es praktisch nur an einem Punkt wirkt, nämlich nur an dem Punkt, wo der Atomkern ist. Und außerhalb des Atomkerns soll diese Kraft überhaupt nicht mehr wirksam sein. Das waren ja Fragen über Fragen. Und dann stellte man also dann mit Interesse fest, wenn man in der Quantenmechanik, Sie sehen, wir sind schon wieder in der Quantenmechanik, obwohl das ja auch eine Sendung ist über Astronomie, aber wir sind in der Quantenmechanik, man landet immer in der Quantenmechanik, in der Physik fast immer zumindest. In der Quantenmechanik, wenn man diese berühmt-berüchtigt, ich habe es ja schon mal ein paar Mal erwähnt, die Heisenbergsche Unschärferelation, Sie erinnern sich, nimmt, da gibt es ja nun einen Ausdruck dafür, wann wird denn ein Objekt, wenn ich es anschaue, also ich kann es ja nicht anschauen, ein Atomkern, aber ich kann ihn beleuchten, wann fängt denn dieser Atomkern an und wird unscharf? Nun, diese Schärfe, diese Unschärfe meines Atomkerns, nämlich die Größe und damit die Größe, die physikalisch erkennbare Größe meines Atomkerns, ist umgekehrt proportional zur Masse. Ja, aber welcher Masse? Masse von was? Na ja, eine Wechselwirkung, eine elektromagnetische Wechselwirkung zum Beispiel zwischen dem Elektron und dem Proton, die beiden ziehen sich an. Die würden sich ja noch anziehen, wenn ich das Elektron also an den anderen Rand des Universums geben würde, denn elektromagnetische Wechselwirkung hat eine unendliche Reichweite. Das Wechselwirkungsteilchen, was dafür verantwortlich ist, zwischen diesem Elektron und dem Proton, darf, muss, damit eine unendliche Reichweite zustande kommt, das hat nämlich etwas mit der Reichweite, mit der Ausdehnung dieser Unschärfe zu tun, muss dieses Wechselwirkungsteilchen, die Ruhemasse, na, unendlich kommt immer nur dann raus, wenn irgendwas anderes Null ist. Die Ruhemasse des Wechselwirkungsteilchens, was für die elektromagnetische Wechselwirkung verantwortlich ist, muss Null sein. Photonen haben die Ruhemasse Null, obwohl sie eine Energie haben, aber die Ruhemasse ist Null. Beim Atomkern, wo diese Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die im Atomkern sitzen, ja nur auf den Atomkern begrenzt sein sollen, muss es also ein Wechselwirkungsteilchen geben, das eine endliche Ruhemasse hat. Ansonsten, und zwar eine ganz ordentliche, damit diese Kraft wirklich nur auf den Atomkern wirkt. Nur dahin. Das fand man relativ schnell heraus und stellte dann fest, das müsste ein Teilchen sein, naja, was so ein Fünftelmal so schwer ist wie das Proton. Dachte man am Anfang. Ja, es stellte sich aber heraus, dass dieses Teilchen, das fand man, das sogenannte Meson, fand man in der kosmischen Höhenstrahlung. Allerdings war das gar nicht so wechselwirkend, wie man es gebraucht hätte, damit die Protonen da innen drin auch zusammenbleiben. Nehmen wir zum Beispiel mal Kohlenstoff oder Sauerstoff, da sind ja viele Protonen im Atomkern zusammen. Man stand da vor einem Rätsel. Die Kernphysik stand vor einem Rätsel, was ist eigentlich da los in dem Atomkern? Denn man hatte Folgendes herausgefunden. Ähnlich wie bei dem Rassafort-Modell, bei dem Rassafort-Experiment, jetzt sind wir in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, schoss man, nämlich jetzt Teilchen, auf die Atomkerne und stellte fest, einige dieser Teilchen wurden rabiat abgelenkt. Zack, also die Elektronen, die flogen auf diesen Atomkern drauf. Klar, die Atomkerne sind ja positiv geladen, werden also nur angezogen. Aber die Elektronen änderten ihre Richtung und verloren dabei auch noch Energie. War ganz komisch. Hatte ich überhaupt nicht verstanden. Da muss also offenbar noch Unterstruktur in dem Atomkern sein. Nicht nur, dass die Atomkerne aus einzelnen Teilchen bestehen, sondern offenbar noch innerhalb dieser einzelnen Teilchen muss es noch mal einzelne Teilchen geben. Und da kam die Theorie ins Spiel. Und jetzt, wie ich immer gerne während der Vorträge sage, wenn ich darüber spreche, müsste ich eigentlich Hosenträger anhaben. Denn ich bin sehr stolz darauf, dass ich darüber sprechen kann. Weil das gehört zu den größten, einer der größten Triumph überhaupt, die menschliche Gehirne innerhalb der Physik jemals erleben konnten, war der Übergang der Theorie und die Prognosen, die sich daraus ergaben, für die gesamte Entwicklung der Elementarteilphysik. Es gab nämlich dann zum ersten Mal Theoretiker, die überlegten sich aus reinen Symmetriebetrachtungen heraus, dass es Teilchen geben muss, aus denen alle Teilchen, die irgendwas mit den Atomkernen zu tun haben, zusammengesetzt sein müssen. Es entstand das Wort Quarks. Diese Quarks, davon sollte es insgesamt sechs Stück geben. Das war eine Forderung, jetzt kommt's, eine Forderung der Theorie. Die Theorie sagte voraus, es gibt sechs Quarks. Für die Protonen und die Neutronen brauchen wir nur zwei. Für Protonen U und D, also Protonen ist U-D-U, zwei Abquarks, ein Abquark. Und die Ladungen, die elektrischen Ladungen dieser einzelnen Quarks sind nicht mehr ganze Ladungen wie beim Elektron, sondern nur noch Drittelladungen. Das eine Quark hat ein Drittel negativ, das andere Quark hat zwei Drittel positiv. Und so können sich die Gesamtladungen der Teilchen, können sich selber zusammenbauen. Ja, also das war schon mal komisch, denn ich habe noch in der Schule gelernt, die elektrische Elementarladung ist eins. Also eine elektrische Elementarladung, die sitzt auf dem Elektron und eine elektrische Elementarladung ist ein Proton. Einmal negativ, einmal positiv. Und dann bei den Quarks kommt raus, die elektrische Elementarladung ist verteilt auf die Quarks. Und das Allerschärfste kommt jetzt. Als man versucht hat, die Massen dieser Quarks zu bestimmen, stellt man fest, dass die Ruhemassen der Quarks, und jetzt rede ich nur über Down- und Up-Quark, dass die gar nicht ausreichen, um die Masse des Protons auszumachen. Da muss noch viel mehr Energie in der Bindung dieser Quarks drinstecken, als in den Quarks selber. Die Bindungsenergie zwischen den Quarks gibt gut zwei Drittel der Masse des Protons aus. Die beiden Quarks zusammen machen nur ein Drittel der Ruhemasse aus. Das müssen Sie sich mal überlegen. Das heißt, wir bestehen im Wesentlichen aus Bindungsenergie. Wenn man sich jetzt noch mal in Erinnerung ruft, wie groß so ein Atom ist im Vergleich zu dem Atomkern, dann bestehen wir im Wesentlichen aus nichts und nur aus Bindungsenergie im Kern. Wir sind wirklich energetische Wesen. Gucken Sie mich an hier. Unwahrscheinlich. Gucken Sie, Sie können ja auch mal bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer gucken. Unwahrscheinlich. Alles, was hier besteht, alles im Universum, alles, was aus Baryonen besteht, also Protonen, Neutronen, besteht aus Quarks. Und das Schärfe kommt jetzt. Wenn man versucht, die Quarks voneinander zu trennen und um einen Quark einzeln, also alleine, isoliert zu betrachten, dann muss man unglaublich viel Energie aufwenden, weil die Wechselwirkung, die da im Kern existiert, um den Atomkern zusammenzuhalten, die ist jetzt nicht, also erstmal ist er wahnsinnig stark. Deswegen heißt es starke Wechselwirkung. Und wenn man die Quarks voneinander trennt, dann muss man sehr viel Energie aufwenden. Und wenn man die, das ist wie ein Gummiband, die werden praktisch wie Gummibänder zusammengehalten und zwar von dieser Bindungsenergie, von den sogenannten Kluonen, wie es kommt vom Englischen to clue, dem Kleben. Diese Teilchen vermitteln die Wechselwirkung zwischen Up-Quarks und Down-Quarks im Kern. Will man die jetzt auseinander nehmen, möchte man einen Quark behandeln, genauer isolieren und anschauen, Quark, was bist du für ein Teilchen, dann muss man Energie aufwenden. Und dabei, wenn man diese Teilchen trennt, dann wird Bindungsenergie verwendet. Und diese Bindungsenergie ist so groß, dass dabei, na, na, E gleich mc². Ja, es entsteht ein Quark-Anti-Quark-Paar. Es gibt keine freien Quarks. Die Quarks sind immer nur in diesen Elementen, also in diesen Teilchen zu sehen, immer nur innen drin, nur da, wo die starke Kraft wirkt, da sind auch die Quarks. Aber aus der Symmetriebetrachtung kam mir heraus, es gibt nicht nur diese zwei Quarks, die uns aufbauen und die Sterne aufbauen, die Galaxien. Es gibt noch vier andere. Und diese vier anderen sind viel schwerer als diese zwei, aus denen wir aufgebaut sind, das Allerschärfste. Vor einigen Jahren ist das ja erst gefunden worden, das sechste Quark, das ist das sogenannte Top-Quark, das hat eine Ruhemasse, das ist fast so groß wie ein Goldatom. Ja, so unwahrscheinlich. Und man braucht es eigentlich nicht. Wir wissen gar nicht, für was. Wir haben gar keine Ahnung, für was wir diese vier anderen Quarks, Charm, Button, Strange und Top noch verwenden sollen. Diese Dinger sind instabil. Ja, wenn die irgendwo zusammengebaut werden, in einem großen Beschleuniger zum Beispiel, die zerfällt sofort wieder. Wir wissen bis heute nicht, für was eigentlich diese vier anderen Quarksorten noch da sind. Aber man muss sich das mal klar machen, was für eine Bedeutung die Quarks haben. Wenn es stimmen würde, wir haben darüber ja schon mal gesprochen, wenn es stimmen würde, dass tatsächlich symmetrisch viele Quarks und Antiquarks entstehen aus Energie, dann gäbe es uns gar nicht. Denn ein Quark-Antiquark, oh, ein Quark-Antiquark-Paar vernichtet sich ja wieder. Jetzt sind wir aber da. Und wir bestehen ja nicht aus Antiquarks, wir bestehen aus Quarks. Wo sind bitte die Antiquarks hin? Das führt auf eine uralte Frage, die wir immer noch nicht beantworten können, von der wir aber schon lange wissen, nämlich auf die Frage der ursprünglichen Asymmetrie. Einer winzig kleinen Asymmetrie am Anfang des Universums, wo eigentlich so viel Energie da war, dass immer ständig Quark- und Antiquark-Paare hätten entstehen können. Und jedes Quark findet sein Antiquark und es vernichtet sich. Feierabend. Das ist aber nicht passiert. Wir sind übrig geblieben. Eine winzig kleine Asymmetrie, eine winzig kleine Unreinheit am Anfang des Universums hat dazu geführt, dass wir hier existieren können. Und so hat uns also der Blick in die Materie, der tiefe Blick in die Materie, hat uns dazu gebracht, ein bisschen mehr davon zu verstehen, was sich in den Frühzeiten des Kosmos abgespielt hat. Und das bedeutet, wir werden weiterhin danach fragen in unseren Laboratorien, wie bitte schön ist die Materie aufgebaut. Das ist etwas, was uns umtreibt und wo wir nicht nachlassen werden. Also, wir schauen weiter nach. Und das war jetzt kein Quark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017